Der Skandal auf Sylt und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video und die allermeisten von euch haben das ja mitbekommen, was da passiert ist, welche Parolen da gesungen worden sind und das Video ging ja durch die sozialen Netzwerke wie seit langer Zeit kein anderes Video mehr und ich möchte solchen Videos keine Plattform bieten, aber ich möchte das natürlich für euch rechtlich durchleuchten. Warum? Weil da natürlich unglaublich viele rechtlich relevante Fragen hinter stecken. Wie haben diese Leute sich strafbar gemacht? Wie werden diese Leute bestraft? Wie läuft das Strafverfahren jetzt gegen diese Leute ab? Wie ist das arbeitsrechtlich? Welche Konsequenzen in zivilrechtlicher Hinsicht drohen diesen Sängern mit diesen Parolen noch? Und das möchte ich für euch einmal in diesem Video durchleuchten. Schauen wir uns direkt mal die relevanten Strafvorschriften an. Das Video werden wir hier nicht einblenden. Wie gesagt, ich möchte da keine Plattform auf meinem wunderbaren, dem besten YouTube-Kanal der Welt bieten, obwohl der von Solmecke auch ziemlich geil ist, aber dennoch möchte ich das für euch einmal rechtlich bewerten. Schauen wir uns das mal an. Diese Parolen, ja, diese, das ist echt schwer, das zu erklären, aber das jetzt gerade, weil ich will das einfach nicht, will das einfach nicht singen oder auch überhaupt nur erwähnen, weil das so schlimm ist, aber gucken wir uns das mal an. Wir schauen mal direkt in Paragraf 86a des Strafgesetzbuches. Wenn ich jetzt singe, Ausländer raus, Deutschland den Deutschen, dann ist das ein Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Warum? Natürlich, weil das untrennbar mit der NS-Zeit zusammenhängt und einfach in unsere Rechtsordnung nicht mehr hineinpasst. Gucken wir uns mal das Gesetz dazu an. Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe, also relativ milde eigentlich, wird bestraft. Wer? Im Inland Kennzeichen einer der 86 StGB bezeichneten Parteien oder Vereinigungen verbreitet oder öffentlich in einer Versammlung oder in einem von ihm verbreitenden Inhalt verwendet oder einen Inhalt, der ein derartiges Kennzeichen darstellt oder enthält zur Verbreitung oder Verwendung im Inland oder Ausland, bezeichnende Art und Weise herstellt, vorrätig hält, einführt oder ausführt. Und natürlich unterfällt das da dem Straftatbestand. Ohne Frage. Wir können dazu ja auch direkt mal den Twist bilden. Und zwar ist das zu dem Verfahren bzw. zu dem Urteil von dem Politiker Höcke. Nämlich der AfD-Politiker Björn Höcke wurde am 14. Mai 2024 zu einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu 130 Euro, also insgesamt 13.000 Euro Geldstrafe, verurteilt. Warum? Er hatte die Parole, die Formulierung, wie auch immer man das sagen möchte, alles für Deutschland verwendet. Und das stellt tatsächlich nach dem Gericht ein Kennzeichen einer ehemaligen nationalsozialistischen Organisation dar. Und deswegen wurde er verurteilt. Die Staatsanwaltschaft in dem Fall hatte sogar beantragt, eine Freiheitsstrafe von 6 Monaten auf Bewährung plus eine Geldauflage von 10.000 Euro zu verhängen. Er ist in Revision letzten Endes, weil er gesagt hat, ihm war es nicht bewusst, dass das eine solche Formulierung überhaupt unter den Tatbestand fällt oder dass diese Formulierung überhaupt mit nationalsozialistischem Hintergrund zu verstehen ist. Was meint ihr dafür? Reicht das? Also man sollte, glaube ich, schon aufgrund unserer Vergangenheit dreimal überlegen, was man da formuliert. Ich hatte jüngst auch den Fall, es gibt ja auch nochmal so einen anderen Spruch, meine Ehre heißt Treue oder so ähnlich. Das fällt tatsächlich auch darunter, weil das untrennbar mit der SS zusammenhängt. Also auch das wäre strafrechtlich relevant. Und hier in diesem Fall, von dem, was diese Leute auf Sylt da gesungen haben, ist das natürlich strafrechtlich unter Paragraf 86a zu verstehen. Aber das geht sogar noch weiter, weil wir haben ja auch gelesen, die Staatsanwaltschaft ermittelt nicht nur wegen 86a, sondern auch wegen Paragraf 130 StGB. Und 130 StGB, wiederum die Volksverhetzung, die hat eine Mindeststrafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren. Also wir haben da schon eine Strafe, die sagt, wir haben hier also eine Strafforschrift mit Paragraf 130 StGB, die dafür sorgt, dass es für diese Leute eine Freiheitsstrafe geben muss. Ohne, wenn und aber. Drei Monate mindestens, Höchststrafe 5 Jahre. Diese Vorschrift ist dann erfüllt, gucken wir uns mal an. Wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. Was bedeutet der öffentliche Frieden? Das bedeutet quasi, dass nicht eine bestimmte Person konkret betroffen sein muss, sondern einfach nur, dass die Gefährdung ausreicht, dass der öffentliche Frieden hier gestört wird. Und zum öffentlichen Frieden gehört natürlich auch unser Grundgesetz, gehören natürlich auch alle und sämtliche Strafvorschriften in so einem Fall. Kann man darüber streiten, denn gegen einen, so steht es im Gesetz, gegen eine nationale, rassistische, religiöse oder durch ihre ethnische Herkunft bestimmte Gruppe, Ausländer wahrscheinlich in dem Fall, gegen Teile der Bevölkerung oder gegen einen Einzelnen, wegen dessen Zugehörigkeit einer vorbezeichneten Gruppe oder zu einem Teil der Bevölkerung zum Hass aufstachelt, zu Gewalt- oder Willkühlmaßnahmen auffordert. Ausländer raus, Ausländer raus, Deutschland den Deutschen, kann man jetzt tatsächlich mal drüber nachdenken. Wenn das denn letzten Endes aus Sicht der Staatsanwaltschaft Einstieg ist, dann gibt es eine Freiheitsstrafe für diese Personen, ohne Wenn und Aber. Jetzt natürlich, was mich sehr, sehr viele Leute gefragt haben, wie ist das eigentlich mit den Leuten, die einfach nur dabei standen? Weil es wurden ja, so wie ich jetzt die Artikel, Bild, Fokus und so weiter recherchiert habe, sind drei Personen ganz sicher identifiziert worden. Was ist mit den Personen, die auf dem Video zu sehen sind? Vielleicht den Kopf nicken, vielleicht einfach nur reden, was auch immer. Diese Personen sind natürlich nicht strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen, wenn die einfach nur da standen und auf dem Video zu sehen sind oder so. Weil das stellt natürlich noch nicht die Erfüllung des Straftatbestandes dar. Ich verstehe jeden, der diese Sorge jetzt hat, der auf dem Video irgendwie zu sehen ist und sich davon irgendwie, keine Ahnung, nicht distanziert hat, sondern einfach nur da ist und denen ist eigentlich scheißegal, was da gesungen wurde. Und ich glaube auch, dass diese Personen strafrechtlich verfolgt werden könnten. Zumindest würde das ein Anfangsverdacht voraussetzen. Da muss man schauen, wie diese Personen sich in der Hauptverhandlung einlassen. Meine Frage an euch natürlich, was jetzt habt ihr gemacht? Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid da. Jetzt sagen die meisten natürlich immer, ich würde niemals mit solchen Leuten rumhängen. Kann ich auch verstehen, gar keine Frage. Aber stellt euch mal vor, ihr seid da irgendwo in der Nähe und die Leute singen sowas. Ich hoffe, 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 hoffe auf viel Zivilcourage in solchen Fällen. Aber was tut man da? Man kann ja auch schlecht einfach wegrennen. Ja, das verstehe ich schon. Aber strafrechtlich verantwortlich sind diese Personen nach meinen dafür nicht, wenn die einfach nur da in der Nähe waren. Wenn die aktiv mitgesungen haben, aufgestachelt haben, ein paar Zeichen gemacht haben, das hat man ja auch alles da gesehen. Dann ohne Zweifel natürlich auch die eine Strafbarkeit nach 86a oder 130, wahrscheinlich eher 86a, wenn die da so ein bisschen mitgemacht haben. Aber nicht, wenn die einfach nichts getan haben. Das zweite Relevante ist natürlich, wie ist das denn mit der arbeitsrechtlichen Seite? Die arbeitsrechtliche Komponente, wir haben gesehen, die meisten, die da identifiziert worden sind, wurden schon gekündigt. Jetzt werden sich viele fragen, aber das war ja in der Freizeit. Es war ja, es sei denn, es war ein Betriebsfest, aber das war es ja ganz offensichtlich nicht, wenn man auch sowas in seiner Freizeit macht. Ja, und jetzt gucken wir uns das mal alles fernab von irgendwelchen rechtlichen, sondern nur die praktische Seite an. Jetzt stellt euch mal vor, ihr werdet gekündigt aufgrund dieses Videos. Und dann klagt ihr und geht damit zum Arbeitsrecht. Jetzt zeigt mir mal bitte einen Richter, der sagen würde, ja, das war ja privat, der kann weiterbeschäftigt sein. Und dann fällt das Urteil auf Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers aus. Ich glaube nicht, dass es einen solchen Richter geben wird, weil es dafür einfach viel zu krass ist. Es ist ja auch häufig, auch hier in München, hört ihr, ist die Polizei unterwegs. Da passieren auch Straftaten in der schönsten Stadt von Deutschland. Aber so, also wir waren da stehen geblieben, dass die Arbeitsgerichte natürlich in so einem Fall, denke ich zumindest, für die Arbeitgeber sich aussprechen würden, wenn es denn zu einer Kündigungsschutzlage kommen würde. Geregelt ist diese Möglichkeit zur Kündigung in § 626 BGB. Das Dienstverhältnis kann von jedem Vertragsteil aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden, wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund derer dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und unter Abwägung der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung des Dienstverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zu der vereinbarten Beendigung des Dienstverhältnisses nicht zugemutet werden kann. Also immer eine Interessenabwägung, ja. Wenn man jetzt sagt, also jetzt mal ehrlich, die Leute waren teilweise in Berufen, wo die in der Öffentlichkeit stehen. Also das ist anders zu bewerten bei einem Fließbandarbeiter als bei jemandem, der nach außen auch für die Firma auftritt, ja. Das darf man in so einem Fall natürlich nicht vergessen. Wenn ich der betroffene Arbeitgeber wäre, würde ich diese Leute natürlich auch aufgrund der Außenwirkung kündigen und auch diese Gesinnung. Also ich hatte euch dazu mal ein Urteil nochmal rausgesucht, das ist schon relativ alt, das ist aus 2016. Da wurde jemand fristlos gekündigt, weil er einen Hitlergruß gezeigt hat. Aber, und das ist das Spannende, da seht ihr eigentlich, wie streng die Gerichte da sind. Da war jemand, der hatte gegenüber einem Betriebsratsvorsitzenden gesagt, du bist ein Heil, du Nazi. Also er hat das gesagt und der, der es gesagt hat, wurde gekündigt, weil er es gesagt hat. Und das Arbeitsgericht hat ihm dann letzten Endes recht gegeben und gesagt, jo, das ist wirksam, den darf man aufgrund dieser Aussage kündigen. Also ihr seht, verdammt, verdammt streng, was natürlich auch richtig ist. Also da gilt natürlich eine Null-Toleranz, wenn man sowas da nach außen trägt. Das ist eine Katastrophe, gerade wieder für Deutschland. Was haltet ihr davon? Natürlich, wie findet ihr solche Parolen? Wie würdet ihr das einschätzen? Arbeitsrechtlich, strafrechtlich und natürlich die spannendste Frage, was haben diese Leute aus eurer Sicht für eine Strafe verdient? Es ist immer noch, wenn es nicht bei 130 StGB verurteilt werden würde, dann wäre es mit größer Sicherheit noch eine Geldstrafe, aber eine Geldstrafe, die sich natürlich gewaschen hat, denn man darf da ja auch auf gar keinen Fall das mediale Interesse vergessen. Also das Ganze ist so krass in die Öffentlichkeit gekommen, da kann eigentlich kein Gericht der Welt mehr eine Einstellung gegen Geldauflage 153a der Klassiker aussprechen. Auch keine Staatsanwaltschaft im Ermittlungsverfahren. Sowas wird verfolgt werden müssen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Was können die betroffenen Personen gegen diese Berichterstattung jetzt eigentlich machen? Ich meine, es ist schon verdammt übel. Also wenn man sich das mal vorstellt, ich will es nicht sagen, dass ich Mitleid habe, aber die haben so einen krassen Fehler gemacht, das ist eigentlich nie wieder gut zu machen. Und Unterlassungs- oder Berichtigungswiderrufs- oder Löschungsansprüche haben diese Personen eigentlich gar nicht, weil man hat es gesehen, es ist keine unwahre Tatsachenbehauptung. Die Öffentlichkeit hat ein Interesse daran, es läuft ein strafrechtlich relevantes Ermittlungsverfahren. Also was will man tun? Und jede weitere Handlung ja jetzt, hätte ja nur zur Folge, dass es wieder in die Öffentlichkeit kommt. Das heißt, rechtlich sind diese Leute ge***t. Das muss man einfach so sagen, zumindest in zivilrechtlicher Hinsicht. Ohne Zweifel strafrechtlich, glaube ich, kann man was machen. Vor allen Dingen, weil ich mir sicher bin, dass auch viele andere, von denen die einfach nur da sind, strafrechtlich verfolgt werden würden. Aber ob das jetzt alles so die Ultranazis sind, weiß ich nicht. Es war sicherlich von den Personen die dümmste Handlung, Entscheidung, das durchzuführen, wie auch immer, ihres Lebens. Da werden die sicherlich noch einige, einige Jahre dran zu knacken haben. Ich glaube, ich gucke mal hier auf meine Liste, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Eigentlich haben wir alles abgearbeitet, was hier strafrechtlich relevant war und auch in zivilrechtlicher Hinsicht. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, gerne hier in die Kommentare schreiben. Ich glaube, ich habe meine Meinung deutlich gemacht. Mich interessiert natürlich gerade bei dieser Sache brennend eure Meinung. Lasst uns darüber diskutieren hier in den Kommentaren. Und wie immer bei Fragen, Anregungen, was auch immer, schreibt mir. Vergesst nicht den Kanal abzu, abonnieren, einen Daumen hoch zu machen, mir bei Instagram zu folgen und so weiter und so fort. Und ich bedanke mich bei allen wie immer herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.